Ein Kia Sorento steht hier zum Verkauf. Der silberfarbene SUV ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 124.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Anhängerkupplung, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Sitzheizung und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 170 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bester Preis. Bester Preis. Bester Preis. Bester Preis. Bester Preis.